Du hast telefonische Kaltakquise? Dann habe ich jetzt eine Lösung für dich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenck, Unternehmerin und Immobilienmaklerin. Und heute gehe ich auf ein Thema ein, was ihr euch da draußen gewünscht habt. Ihr habt nämlich immer wieder Probleme mit Akquise und ganz insbesondere Kaltakquise. Und darauf möchte ich heute ganz im Detail eingehen, denn viele haben Angst vor dem Telefonhörer, wenn es um das Thema Akquise geht. Und ich zeige dir jetzt, wie du mit schriftlicher Kommunikation auch Kaltakquise machen kannst, aber es ist wesentlich angenehmer und du kannst auf der anderen Seite nicht diese negativen Einwände immer behandeln. Also das heißt, es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, angenehmer und wesentlich schneller für dich selbst, um da ans Ziel zu kommen und neue Objekte zu akquirieren oder eben andere Aufträge zu akquirieren. Als allererstes solltest du dir eine Akquise-Pipeline machen. Also das heißt, du sammelst jegliche Arten von privaten Inseraten, von Eigentümern, die du proaktiv anschreiben kannst. Also das heißt, du setzt wirklich deinen Fokus auf verschiedene Portale, auf Zeitungen und so weiter und du schaust, dass du möglichst viele Inserate für dich sammelst, damit du dann also wirklich in einem Abwasch sozusagen einmal alles bearbeiten kannst. Falls du wissen willst, wie du dich überhaupt organisierst mit den ganzen Inseraten, die du sammelst, schau einfach nochmal in meinem älteren YouTube-Video, das verlinke ich hier unten einfach in der Videobeschreibung. Da findest du nämlich den Akquise-Ordner und wie du im Prinzip damit wirklich umgehst, dich strukturierst und vor allen Dingen auch organisierst. Somit vergisst du keine Inserate mehr und bist da wirklich auch immer auf dem aktuellsten Stand. Weiterführend möchte ich jetzt darauf eingehen, wie du jetzt eigentlich vorgehst. Wie kannst du dafür sorgen, dass du ohne das Telefon an Objektaufnahmen kommst? Und wie vor allen Dingen stellst du den Erstkontakt her? Weil das ist ja wirklich immer das Schwierigste, wenn du kalt, ganz kalt, eiskalt jemanden anrufen musst. Und von daher möchte ich jetzt nochmal ganz im Detail darauf eingehen, bitte sorg dafür, dass du in sämtlichen Portalen, Zeitungen und so weiter Anzeigen findest, wo es eine Kontaktmöglichkeit gibt per E-Mail oder Anfrage senden oder in einem Zeitungsinserat eine Chiffre-Anzeige geschaltet worden ist. Das heißt, genau diese Anzeigen sammelst du alle in diesem Ordner und versuchst sie erstmal zu bündeln. Bevor du loslegst und bearbeitest diese ganzen Inserate, solltest du als allererstes eine Vorlage erstellen. Eine Vorlage, wie du auf diese Inserate eingehst und versuchst, den Eigentümer für dich zu gewinnen. Aber bitte vermeide Folgendes. Bitte vermeide, dass du eine Vorlage erstellst, die sich anhört wie ein typischer Werbebrief. Also das ist ganz, ganz wichtig. Diese Vorlage sollte auch nicht dazu dienen, dass du dich selbst in dieser Mail oder in diesem Brief, in dieser E-Mail-Anfrage, wie auch immer, dass du dich selbst die ganze Zeit beweihräucherst und erklärst, wie geil du bist oder wie geil das Unternehmen ist, in dem du arbeitest. Das interessiert keine Sau, das will kein Eigentümer wissen. Du musst wirklich dafür sorgen, dass der Eigentümer, also der Leser, interessiert ist an dem, was du da schreibst. Du musst wirklich dich darauf fokussieren, dass du gerade die ersten zwei bis drei Sätze richtig interessant gestaltest. Und zwar so, dass sie auch im Nutzen des Eigentümers formuliert sind, damit er überhaupt Lust hat, weiterzulesen. Und nochmal abschließend, du solltest wirklich lernen, im Nutzen des Eigentümers oder deines Kunden, deines zukünftigen Auftraggebers zu formulieren. Am besten startest du solche Sätze mit sie und nicht mit wir. Jedes Mal, wenn du das Wort wir oder ich nimmst, dann formulierst du einfach mit dir selbst, wie toll du bist, du beweihräucherst dich selbst, du erklärst, wer du bist, es interessiert aber keinen. Die Leute, die das lesen, haben ein Problem und du willst der Problemlöser sein. Das bedeutet, wenn du schreibst sie, du startest nur den Satz mit sie, dann wird es automatisch so formuliert werden, sie haben das und das, sie werden dadurch profitieren, sie werden in Zukunft Folgendes erwarten können, sie nutzen folgende Tools bei uns. Also, sobald du das Wort sie an den Anfang nimmst, wirst du merken, wird es viel einfacher sein, im Nutzen des Gegenübers zu formulieren. Und das ist wirklich besonders wichtig, wenn du E-Mail und Schiffrebriefe schreiben möchtest zu potenziellen Auftraggebern, also die jetzt aktuell ihre Immobilie veräußern möchten. Jetzt kommt wirklich das Allerallerwichtigste im Rahmen einer schriftlichen Akquise. Du solltest auf jeden Fall diese allgemeinen Standardvorlagen vermeiden. Du kannst natürlich so eine Art Satz benutzen, den du immer wieder auch kopierst, aber du solltest ein, zwei Dinge immer ändern. Und zwar solltest du ganz individuell auf diese Immobilie ein Anschreiben verfassen. Auf die Immobilie, auf die du dich meldest, solltest du ein Anschreiben verfassen. Das heißt, die ersten zwei bis drei Sätze sollten auch irgendwas mit diesem jeweiligen Inserat zu tun haben. Das heißt, wenn diese Immobilie dafür prädestiniert ist, sie hat einen riesengroßen Balkon oder sie hat eine Doppelgarage, dann kannst du zum Beispiel individuell darauf eingehen und kannst dir sagen, perfekt, so ein Immobilie mit einer Doppelgarage und mit einem Balkon, das war das, was ich in dieser Lage gesucht habe. Und toll, dass sie das inseriert haben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir dazu sprechen können. Also wirklich irgendwas mit aufnehmen, was du vorher in dem Inserat des Eigentümers entdeckt hast. Und sei es ein kleines Zeitungsinserat gewesen und da steht nur eine Wohnfläche drin und der Preis und du weißt noch den Ortsteil. Dann kannst du auch das nochmal in dem Brief zusammenfassen und nicht einfach die Anzeige abschreiben, sondern wirklich individuell auf die einzelnen Ausstattungs- und Objektmerkmale eingehen, darauf wirklich den ersten Absatz ausrichten und im zweiten Absatz dann auf dich selbst als kompetenten Ansprechpartner eingehen. Mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Mentees habe ich sogar eine Reihenfolge erstellt von verschiedenen Briefen, die man auch immer nach einer gewissen Zeit dann an diese Eigentümer, die etwas inseriert haben, schickt. Und wir haben auch einen Tonus festgelegt, in welchen Zeitabschnitten man sich wieder bei diesen Eigentümern zurückmeldet. Also, wenn dich das interessiert, schreib mir einfach auch hier unten mal in die Kommentare oder wenn du dir auch noch ein Video dazu wünschst, auch gerne hier unten reinschreiben, dann denke ich nochmal drüber nach. Vielleicht erstelle ich dann einfach nochmal ein Video für euch. Ich hoffe, ich kriege für dieses Video ein ganz fettes Like und ich freue mich, wenn du diesen YouTube-Channel abonnierst und die Glocke hier aktivierst, denn dann bist du direkt beim nächsten Mal wieder informiert, wenn das nächste Video von mir online geht. Ich freue mich, wenn du dann mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Vanessa Wenk und tschüss. Bis zum nächsten Mal.